Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ich hatte ja gerade erst das Video zum Huawei Honor online gestellt, dem alten Testgerät, welches ich noch gefunden hatte. Das Gerät hatte mir Huawei damals Ende 2012 zugeschickt und was total in Vergessenheit gerade hatten ist bei mir. So, jetzt will ich aber, damit sich Huawei nicht darüber aufregt, dass ich hier alte Testgeräte verlose, sondern ich kann auch noch was nicht ganz so Altes verlosen, was ich aus eigener Tasche gekauft hatte, irgendwann Anfang des Jahres. Wir haben hier das Huawei Ascent W1. Im Gegenstandersatz zum anderen Telefon haben wir hier ein Windows-Phone-Gerät. Das habe ich Anfang des Jahres aus eigener Tasche billig irgendwo geschossen. Das ist noch original verpackt, das Siegel ist drauf, es ist die Farbe schwarz. Und dieses Gerät lege ich jetzt auch noch drauf in dieses Technik-Faultier-Wawei-Gewinnspiel. So, gleiches Spielchen wie bei dem anderen. Ihr schickt mir, wer es haben möchte, aber bitte, es ist nicht ein High-End-Gerät, macht euch erst schlau über das Gerät. Das wird mit Windows Phone 8 ausgeliefert. Das Windows-Update auf 8.1 wird, glaube ich, offiziell nicht unterstützt, aber es gibt da zwei kleine Tricks, wie man trotzdem problemlos und flüssig hier Windows 8.1 draufspielen kann. Also, wer da Interesse dran hat, aber erst mal schlau machen, was das Gerät alles kann. Und dann, wenn ihr sagt, ich will es haben aus den und den Gründen oder ich habe das und das Cooles damit vor, dann schickt mir doch eine E-Mail an Technik-Faultier plus Huawei und dann eine 2. Also, Technik-Faultier plus Huawei 2 at googlemail.com oder gmail.com oder wohin ihr das auch schicken möchtet. Das geht ja eigentlich immer. Kommt irgendwie trotzdem bei mir an. Also, Huawei hat das Testgerät, sage ich jetzt mal, in den Topf geworfen. Ich hau hier das W1-Gerät noch aus eigener Tasche obendrauf, weil ich wollte immer Windows Phone auf den Geräten testen, bin ich nie zugekommen. Und jetzt bietet es sich einfach an, mein Lager zu räumen und auch das Huawei W1-Teil hier mit in die Verlosung zu packen. Und jetzt habe ich, glaube ich, 25 Mal Huawei, Huawei, Huawei in diesem Video gesagt. Und das soll es auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut. Ach ja, und wer sich fragt, wie suche ich das aus? Keine Ahnung. Ich gucke mir eure E-Mails an, wenn es denn überhaupt einer haben will. Wie gesagt, ich freue mich ja, wenn es da noch ein, zwei Leute gibt. Ich könnte jetzt natürlich auch problemlos das Gerät hier wieder, ich glaube, die Preise sind ähnlich, für 60, 70 Euro noch bei Ebay verticken. Aber nein, ich hau da lieber die Produkte raus und freue mich dann natürlich auch, wenn ihr den Technik-Faultier-Kanal ein bisschen weiter empfiehlt. Ja, ein bisschen Schleichwerbung, nicht nur für Huawei, sondern auch fürs Technik-Faultier. Seien mir gestattet, wenn ich hier schon ein gratis altes Smartphone raushaue. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.